Hey, ich bin Charly von Yosha. Lang, lang ist es her, wir spielen jetzt mal endlich zu Chonauts weiter. Ja, ähm, und zwar sollten wir, was? Ähm, ähm, genau, zu diesem, zu dieser Mila, oder wie die auch immer hieß, um da ihren Kurs zu vollziehen. Dann laufen wir mal nach oben. Eigentlich hätten wir auch mit dem Ding da hinten fahren können, aber gut. Nehmen wir den langen Weg. Und wir warten. Hey, Lilly. Gehst du zum Training für Fortgeschrittene? Warum die Eile? Machst du Witze? Ich hab nur wenige Tage, um Psychonaut zu werden, sonst ist für immer Schluss damit. Mein lieber Red, ich will dir ja nicht zu nahe treten. Aber die Psychonauten sind nicht mehr das, was sie waren. Die Zeiten ändern sich. Die Welt braucht uns einfach nicht mehr. Die Welt braucht die Psychonauten. Und zwar genau hier in diesem Lager. Hier stinkt vieles zum Himmel, was eine übersinnliche Untersuchung nötig hätte. Du bist so kindisch. Und süß. Wann hältst du echt die Klappe? Wie süß. Klappe halten und was? Oh, ich wusste nicht, dass du... Äh, ich muss weg. Bye. Wann war das Bein leh? For love und so. Wie knuffig ist das denn? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also, dass das so süß wird. Mua. Gib sie mir. Ach, war das die Ex? Oh, sie nervt einen voll. Ich hab gestern abends mit Lilly geredet und sie hat kein Monster erwähnt. Sie hat praktisch nur... Ups. Ups. Ich will sagen, wir haben geknutscht, weil wir etwas miteinander haben. Halt mal. Ich weiß immer, dass er richtig ist. Ah. 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 Will die Kinder schon anfangen, über Liebe zu reden. Cowman. Einen neuen Cowboy. Eigentlich ist er schon eher ein Cowman. Cowman. Äh. Das ist echt... Traurig, wenn Kinder anfangen schon so. Naja, gut. Wollen wir nicht drüber reden. Ist nicht unsere Sache. Oh Gott, bin ich fertig. Äh. Was sollten wir nochmal genau? Mila. Oh. Nenos. Hatte ich das schon? Ich darf sie nicht haben. War hier nicht irgendwo eine Karte? Hier war irgendwo der böse Bia. Ja, da komme ich niemals ran. Ich wollte nur sagen, dass draußen auf dem schwimmenden Stock eine Party steigt und alle eingeladen sind. Das ist Schwebetraining, Baby. Und ein Riesenspaß. Schnappt euch ein Gano und kommt zur Party. Eiei, Captain. Aber erst wenn ich die... Ach ja, Dreieck war das. Dings haben. Sagt keinem, dass ich hier draußen bin. Roger. Sehen. Bootshütte und weiter. Gut, dann müssen wir uns mal in der Umgebung umsehen und Spitzen einsammeln. Und dann die Karte und ich bin so fertig und... Ah, wie hübsch. Ah, da ist ne Karte. Wenn das so weitergeht, können wir Parkpoker spielen. Oder auch nicht, weil ich die Karten nicht kriege. Turn around. Warte, willst du gucken? Ach, egal. Ähm, darum kümmern wir uns später. Jetzt erst mal die Karte. Da. Genau. Creepy. Du hast ne Wasserphobie? Ich auch. Äh, nein. Nun ja gut. Ich... Meine Familie hat ein Problem mit Wasser. Aber das ist alles Blödsinn. Irgend so ein alter Zigeunerfluch, dass alle Angehörigen meiner Familie im Wasser sterben werden. Wenn man dran glauben will. Oh, ich dachte, es hätte was mit dem gehirnfressenden Fisch zu tun, der nachts aus dem See kommt, um Opfer zu finden. Gut, man sieht dich. Bye, bye. Ähm, ach, äh, Raz, du hast doch in der Klasse mit Lily geredet und ich, ich hab mich gefragt, ob... Hast du sie gefragt, ob sie mit dir gehen will? Was? Nein. Ich bin zur Ausbildung hier. Keine Ablenkung. Ausgezeichnet. Tschüss. Okay. Ablenken lassen darf man sich jetzt auch nicht. Tsch. Spielverderber. Äh, da. Beeilung. Ausbildung hat bereits begonnen. Psychonauts, Comic-Häft 1. Ah. Ich will das lesen. Ich will da hoch. Wie komm ich da hoch? Eine Karte. Ich weiß gar nicht, ich will gleich mal versuchen, ins Wasser zu laufen. Aus Spaß. Wieso komm ich da jetzt nicht hoch? Komm ich denn da rauf? Ich muss da rauf. Da ist ein Kern. Naja, dann gehen wir erstmal zu dieser Schwebeltante. Vielleicht bringt sie uns ja was bei, was wir brauchen können, um da hochzukommen. So, dann ab mal ins Wasser. Oder auch nicht. Dogen, bist du okay? Ich hatte einen seltsamen, maschinell induzierten Traum über dich. Fernsehen? Ja. Erst lud mich Sascha Nein in sein Geheimlabor ein und... Fernsehen? Du bist ja total hirnlos. Der Traum war echt. Dogen, keine Sorge. Ich weiß, wo eure Gehirne sind. Im Müllschlucker. In diesem irren Traum-Dornbusch-Zwangsjackenturm. Hacky, sag. Geh du in die TV-Lounge. Ich bleibe dran. Ich brauche nur noch etwas Training für Fortgeschrittene. Okay. Dann war das halt doch kein Traum. Okay, Wasser sieht vielleicht nicht so gut aus. Ähm. Dann müssen wir ihn wohl wirklich irgendwie wiederholen. Wie weit darf ich denn rein? Also nicht weit genug, um die... Doch, aber weit genug, um die Feder zu holen. Hä? Also werden hier Gehirne gezogen. Und wir müssen die von ihm anscheinend wiederholen. Hey. Sehen Sie mal, Admiral. Ich bin ein Ruderträger erster Klasse. Ach, da haben sich all die Wochen im Kanu-Simulator ja gelohnt, was? Äh. Jawohl, Sir, Admiral, Sir. Na, dann lassen wir dich mal vom Stapel. Das beste Schiff der Flotte. Ich werde gut darauf aufpassen, Sir. Der See ist nicht so friedlich oder harmlos, wie er aussieht. Hm, hm. Komm nicht so weit damit raus. Ah ja, Captain. Oh nein, das tust du nicht. Was ist denn das runde Ding unten beim Dock? Das Ding? Oh Mann. Ich kann dir was sagen über das Ding. Mein Taucherhelm, den brauche ich. Das Ding? Gehe dich einen Feuchten. Keh ich dann. Ah, wie nass. Aber seine Zähne gefallen mir. Das ist... Oh nein, das tust du nicht. Konnte ich mich auch irgendwie... Wo war das jetzt? Genau. Und dann? Genau, und dann? Ah, und dann? Hoppla, Pech gehabt. Wer geht in Flammenwenn auf? Wer geht in Flammenwenn auf? Geh endlich in Flammenwenn auf. Ich will nicht loswerden. Also verbrenne. Ja, okay. Nein, 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 warte. Hey, ich kann hier rückwärts. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte... Oh, ich bin so gut da drin. Bin ich stolz auf mich. Kann ich nicht aussteigen irgendwie? Anscheinend nicht. Okay. Aber ich will das haben. Aber... Das Ding... Es lächelt mich an. Ich weiß es. Und darf ich nirgendwo aussteigen? Okay, okay. Dann gehen wir jetzt mal eng zu dieser... Frau. Da hinten. Wieso? Wieso? Was? Achso, gut. So geht das also. Das Rennen? Sieh mal. Ich hab was für dich. Ist vielleicht blöd, aber... Sie haben Dogens Gehirn geklaut. Ach, süße Freundschaftskettchen. Ich hatte nen Albtraum. Da sagte dieser irre Wissenschaftler, er wolle es rausnehmen und... Ja, der ist ein eklig aussehender Freak mit Bademütze und einer Edelstahlklaue mit drei Zinken. Hey, das ist mein Albtraum. Also nicht nur ich. Aber wie? Warum das ganze Fleisch? Ich weiß nicht. Aber es wird Zeit herauszufinden, woher das kommt. Aber das Freundschaftsbändchen. Wir treffen uns heute Nacht am Altenbootshaus und reden weiter. Das ist so cool. Ja, wie in den wahren übersinnlichen Sagenfolge 314, wo... Klappe! Oh, ein Nachtdate. Agentin Vodello? Ich soll mich hier bei Ihnen zur Schwebeausbildung melden. Ich hab schon den Hindernisparcours gemacht und Sascha hat mir das Schießen beigebracht. Von Morceau hab ich nichts anderes erwartet. Aber Sascha... Sascha sagt, sie sei die mächtigste Schweberin, die es bei dem Psychonauten je gab. Sascha hat gesagt, ich dachte nicht, dass er es gewährt war. Nun, Sie wissen ja, ich arbeite nur mit den besten Lehrern. Schmeichler, na gut, fass die Zeit. Schau an, wer da kommt. Agentin Vodello? Wo sind Sie? Im Fernsehen natürlich. Da, wo ich wirklich hingehöre. Ja. Schau dir meine Haare an, Schätzchen. Solche Haare müssen doch einfach ins Fernsehen. Schätzchen, Schweben lernst du am besten, wenn du es einfach versuchst? Ich gebe dir eine Schwebe-Learn-Alautnis. Sie funktioniert nur, wenn du in meinem Verstand bist. Wenn du meinen Kurs beendet hast, kriegst du das echte Teil, Baby. Zeig mir aber erst, dass du weißt, wie man es benutzt. Okay. Drücke L, um zu schweben. Ups. Das war nicht ganz so L. Machst du erst mal hier ein paar Fallspitzen einsammeln, denn wir wollen ja diesen Spinn-Dings. Boop. Dings. Wie war Finder? Nee. Druckbild. Zerstören. Ich muss zerstören. Und dann muss ich ja... Und wie? Wenn du oben in der Lust bist, benutze deine Gedanken als Ballon, um zu schweben. Spring nach diesem Ring in der Hakenkampf und beginne dann, was Sie schweben. Hab keine Angst, Schätzchen. Ja, weil ich voll so ein Angsthase hoch 10 bin. Ich habe Angst vor allen und jeden. Noch ein Druckbild. Habe ich irgendwo eins übersehen? Ja, Druckbilder sind wichtig wegen Level-Up und so. Und Level-Up. Da unten dürfte eigentlich auch nichts sein. Ups. Das war der falsche Knopf. Drücke dann L in der Luft. Habe ich doch. Ach, L2. Okay. Stimmt, das Bild hätte mir das klar machen müssen. Idiot. Das Bild sagt das zu 100% aus. Ich sehe auch die Unterricht-Taste aufgemalt. Und das ist die Taste. Ich weiß. Deine Party. Und du kriegst ein echtes Abzeichen dafür. Ein Mädchen darf man nie warten lassen, junger Mann. Mua. Hier. Yay. Wir haben ein ein Sammelding. Ich sehe irgendwo was Interessantes. Naja. Außer das nachher den Spinnweben. Aber noch haben wir den Spinnweben. Ach, egal. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt. Bleib hier auf der Kugelrest, wenn du höher kommen willst. Und sieh zu, dass ich diese Ringe drehe, Mr. DJ. Oh, da ist ein Drückbild. Nein, da waren sogar zwei und ich habe kein einziges davon bekommen. Da war auch eins. Alter. Bin ich schlecht drin? Und dabei muss ich nur hin und her laufen eigentlich. Ich will die Drückbilder haben. Yay. Ich kann eine neue Zielkraft holen, sobald ich hier raus bin. Ich will hier raus. Sofort. Da ist auch noch ein Druckbilder. Hier sind überall Druckbilder. Wieso? Komm zu mir. Bist du jetzt mein Wein? Räse ich jetzt nicht alle? Ach. Bist du lange gebraucht. Nochmal. Alter, jetzt ehrlich. Ich bin so ein Talent. Das ist meine Kraft. Zum Glück kriege ich diese Kraft. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun sollte. Weil es alles vernünftig machen. Ich bin zu Gott und schlecht. Oh Gott. Hä, wieso komme ich da nicht mehr hoch? Wollen die mich verarschen? Das kann doch bald nicht mehr wahr sein. Hallo? Iggy? Jetzt. Aber jetzt ist das andere aus. Also, alle anderen beiden gleich. Das ist doch nicht euer Ernst. Gut. Und jetzt das letzte. Komm, schnell. Bevor ich enttäuscht werde. Alter. Ich kriege gleich das Kotzen. So, jetzt aber immer noch nicht. Ey, willst du mich verarschen? Hä? Wieso nicht? Ich war der Meinung, das sollte gar nicht so schwer sein. Geborenes Naturtalent hier. Ich gib auf. Gott sei Dank, endlich. Ja, und sobald ist die Suppe kalt. Rollen. Da sehe ich noch ein Schmiderling. Und das habe ich auch noch was gesehen. Ein Trugbild, das ich wahrscheinlich niemals bekommen werde. Niemals. Kann ich auf das egal. So weit, so gut. Ich kriege das. Ich kann das. Ich glaube fest an mich. Ich will da nicht. Da muss ich wieder von vorne machen. Aber das trüppelt. Diesen Fraschen. Egal. So, dann nochmal von vorne wieder nach oben. Denn einmal reicht ja nicht. Jetzt nehmen wir hier die Hübsche auch noch mit. Wir stecken jedes Mädel ein. Wir brauchen ein paar mehr. Wir wollen sie alle. Tut mir leid. Falls du je abstürzen solltest, was ich nicht hoffe, lege ich hier eine Rückkehrkugel für dich. Ja. Spring einfach dort hinein, um rasch wieder hier rauf zu kommen. Gott sei Dank. Mein Leben hat einen Sinn. Schätzchen, schweb mal hier rüber. Ja, diese Ringe drehen sich nicht und sie ruinieren mir meine Party. Echt? Denke daran, das Psi-Schweben einzusetzen. Wenn du mal fällst, dann wirst du dann wenigstens nicht so hart. Idiot. Das klingt total ab. Was? Wenn ich auf deinen Kopf tanze? Ich dachte, das ist voll der... Hey, zeigst du mir, wie man tanzt? Na komm, Baby, tanze. Hey, zeigst du mir, wie he willst du tanzen? Nein, Rat. Was? Ein Korb? Hey, willst du tanzen? Ja, ich tanze das so. Du bist mir zur Psycho. Wie willst du tanzen? Na klar, wir tanzen schneller. Gut, dann danzen wir hier mal auf den Tisch und wir händen so die erste Folge. Bis dahin. Tödelü. Oh Gott, das ist grausam.